ja und damit herzlich willkommen zu let's play adventure map part 4 um das das erländen ging heilig ja er geilt sich daran gerade auf keine ahnung an diesen goldenen äpfel also ihr lernt den dann halt auch mal kennen ja wir beginnen mal mit der ganz normalen vorstellung hey leute ich bin euer zanni das klingt irgendwie schwul ja musst du sagen und ich euer random ging doch mal hey leute ich bin euer zanni naja ich gehöre ja niemanden ich bin euer zanni ich bin ich der random king okay jetzt hast du mich ranbekommen ähm und damit achso und falls ihr auf der suche nach guten videos seid ihr hier definitiv verkehrt so äh wir fragen eigentlich glaube random weiß gar nicht worum es geht oder weißt du worum es hierin geht was wir jetzt machen ja okay dann gehen wir mal in die map snow rein äh ja wie gesagt lexi ist das habe ich bereits nicht gesagt äh aber lexi ist gar nicht mit bei hallo du musst auch mal reinkommen ne achso ich sag mal gerade warte mal oh komm mal komm mal mit komm mal mit komm mal du musst dich mal du musst dich mal hier rein stellen du ich hab das video gesehen achso lol ja genau dann musst du dich mal hier rein stellen so äh ja lexi macht dich mit in der fünften folge wird jess mitmachen vielleicht lexi auch das wäre ganz leute kommt da was an bei dir nein da kommt nichts an du kannst da nichts durch porten du kannst nur dich selber durch porten ok können wir was kaputt machen alter komm lass äh kaputt machen ist nicht erlaubt lass oh man so du weißt wir müssen jetzt rüberspringen ne möglichst ohne zu sterben oder so und äh porten ist erlaubt das heißt wir springen jetzt immer zusammen quasi ich spring danach du und äh genau so jetzt warte du da weil ich mich jetzt mal zu dir porte zum beispiel so ach du scheiße bist du schlecht ich glaub wir können hier irgendwie wieder hoch gehen wenn du einen apfel brauchst ich hab zufällig drei stück da ich weiß nicht wozu wir das gold brauchen aber wird vielleicht noch einen sinn ergeben immer fackeln mitnehmen ach so guck mal hier kann die wieder hoch gehen hier siehst du ne ähm gib mal den befehl ein slash tp also tp dich mal quasi zu mir du musst nur eingeben ja nicht ich schlägt tp wie heißt ich ach ja das ist ja so ein account vom kumpel ja also ist noch nicht sein account ja ist ein account von seinem kumpel das heißt aber der heißt aber auch nicht warte mal stimme keine ahnung das ist irgendwie sein spitzname keine ahnung wieso ist das jetzt tp tzani ist doch richtig du musst eingeben slash du musst eingeben slash tp 0 0 2 00 leerzeichen xix xix habe ich ich bin aber kein admin ach so lols war das slash op ähm so und dann musst du jetzt einfach nur quasi t und die pfeiltasten nach oben und dann hast du ja irgendwann den befehl oh das weiß ich alles aber ja ist ja gut ist ja gut ist ja gut so genau du lässt mich dumm aussehen und das ist halt jetzt der sinn von der sache sag ich jetzt mal dann können wir uns immer quasi einfach zack porten. Was? Ah ne, Leute. So. Ah ja, hat jetzt mir auch sehr viel gebracht, weil du grad runtergefallen. So, jetzt können wir eigentlich anfangen. Goldenen Apfel? Ich brauch keinen goldenen Apfel. Ich weiß, die goldenen Äpfel machen dich geil, aber guck mal, ne, ich glaub, wir müssen von hier starten. Tink! Ah, es ist egal, ob man von da oben startet oder von da. Das war bestimmt der goldene Apfel. Ich hab dich nicht gehauen. Oh, Alter, also das ist echt so was kaputt. Pass auf, ich bin jetzt beim ersten. Dann porte du dich mal zu mir. Okay. Clement? Okay. Okay. Oh, porte dich mal bitte. Achso, ich ging ja so. Genau, pass auf, dann springst du jetzt. Versuch du den Sprung. Genau, perfekt. Warte, abwarten. Abwarten. Warte da ab. Warte mal bitte da ab, dass ich mich jetzt zu dir porten kann, weißt du? Okay. Oder erst mal einfach nicht, guck mal, bleib mir bitte einfach stehen. Warte mal ab, weil dann mach ich das jetzt und falls ich runterfall, dann kann ich mich immer noch zu dir porten. So. Ich weiß das alles. Alter! Hä, was? Achso, lol, jetzt hab ich dich zu mir geportet. Boah, das ist echt nicht fair, ne? Ey, das ist echt nicht fair. Ey, warte mal. Ähm, da muss ich ja das andersrum schreiben. Ach, bin ich blöd. Nein, nein, bist du nicht. So, jetzt, jetzt funktioniert das auch. Ich muss nochmal eingehen, irgendwie. So, jetzt portet dich mal. Warte kurz, ich geb grad ein. Das ist irgendwie weg. Okay. Eierlol. Alter! Ja, was war das denn jetzt? Du musst zuerst deinen Namen und dann meinen eingeben. Ach! Ach! Alter! Weißt du, wir sitzen hier schon 10 Minuten und haben noch nicht mal den Anfang geschafft. Ja, ich würd' den schaffen, aber... Nein, mach mal bitte richtig. Porte dich jetzt mal bitte einfach mal. Aber mal richtig. Ja, nee. Nee, du hast recht. Bin ich fair gegenüber, ne? Okay, porte dich mal. Gib das mal bitte andersrum ein, dass du... Ich weiß, ich hab beides eingegeben. Ja, okay, aber dann nimm nachher auch den richtigen, ja? Ja, ich würd' dich aber ärgern. Ich folge dir auf Siegertrüppchen. Also ich glaube, die Adventure Map dauern ja sonst immer 12 Minuten. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal 60 dafür oder so. Warte mal, ich renne jetzt einfach mal durch. Komm, leck mich. Ah, hier kann man nur hoch, lustig. Adventure Map müssen wir öfter mal zusammen machen. Gold. Ey, Portin, ich bin jetzt schon relativ weit. Also, was heißt relativ weit? Ich habe den ersten bisschen hier geschafft, aber... Hier vorne kann man aber durch, ne? Kann man nicht. Das ist eine Verarsche, was du da machst. Alter, komm mal her, potte dich mal. Okay, ja, komm. Achso, oh, das wollte ich lieber nicht. Ja, so. Perfekt, danke. Ja, siehst du? Genau. Warte, warte. Wo bist du jetzt? Hä? Komm mal, wir müssen da hinten hin. Wir müssen Richtung Schild. Richtung Schild. Ja, spring du mal, versuch du mal. Okay, das gleiche ist mir auch passiert, aber warte. Mist. Oh, willst du mich denn verarschen? Alter, komm, mach mal ordentlich. Wir wollen das doch schaffen hier, ne? Pass auf, am besten lässt du mich jetzt vorgehen. Und du gehst weg. Nein, du sollst bloß nicht springen, wenn ich springe. Na, komm. Ach, komm. Komm zu mir aufs Siegertriffchen. Bin tot. Oh, scheiße. Alter, endlich. Ich bin oben. Oh. Okay, bam, bam. Ja, spring. Oha, warte. So, mach du. Okay, warte da. Ich komm. Okay, mach weiter. Warte da, ich komm. Klar, Moment, klar, Moment, klar, Moment. Augur auch nicht. Augur auch nicht. Ja, schlau. Oh nein, läuft. Ich spring gleich. Ja, mach. So, warte da. Ja, wohin? Ja, warte erst mal. Ich hab das Schild nicht gelesen. One gold. In God. If you have nine. Ach ja, lol. Um was geht's? Du musst... Ähm... Wenn du neun Gold hast, musst du da lang. Und wenn du ein Gold hast, musst du irgendwie da lang. Oder irgendwie sowas. Also, wir müssen jetzt erst mal... Wir müssen jetzt rechts lang. Also... Warte, warte, warte. Ich hab insgesamt zwei Gold. Ja, ich auch. Aber deshalb müssen wir hier lang. Also... Hier, guck hier lang. Wo ich jetzt bin. Ja, da war ich. Ja, ich weiß. Weiter. Uh. Ich hasse diese Ecksprünge. Ja, lass weiter. Ach so, warte. Oh, du schaffst das ja auch. Okay, warte. Oh, du stand... Ja, lol. Lol. Nein. Ja, lol. Hä, warte. Hab ich dich grad dahin geschleudert? Ja, ja. Ne, ernsthaft? Ja. Ich hab dich grad darüber geschleudert. Ja, und das ist der richtige Weg, der glaub ich zumindest. Ja, wie komm ich jetzt... Ach so. Wie komm... Warte mal. Wie komm ich... Warte mal. Warte mal. Oh, ich hab Gold. Warte mal. Ey, lol, wie soll ich jetzt hier langkomme? Hä? Auf die Schilder rauf. Echt jetzt? Ne, das geht gar nicht. Doch. Ich glaube eher, wir müssen da hin. Guck hier... Ja. Lol. Was? Nein, komm mal. Ich bin erst auf diesen Block hier gesprungen. Und dann bin ich sofort hier hin. Aber das... Ja. Oh. Meine Äpfel! Deine Äpfel, deine... Ich hab noch einen Steck dabei. Warte mal, wo bin ich jetzt eigentlich? Ja, porte dich einfach. Du bist da... Porte dich einfach. Dum, dum. Oh, ich hab meine Äpfel noch geil. Meine Pferdeäpfel. Äh, wo bist denn du? Ach so. Ja, schau. Och, Gutschlein hier. Komm mal her. Dum, dum, dum. So, ich mach weiter. Warte hier. Okay. Warte, geh mal ein bisschen weiter nach hinten in die Ecke. Geh in deine Ecke. Sitz. Ja, ich hab's geschafft. Ist ja nicht schwer, ne? So, Checkpoint. Was? Was? Ach so, hier ist wieder Wasserfall-Checkpoint. Oh, bist du bekloppt. Mach den da wieder hin. Ich hab keinen. Ist egal. Ist okay. So ist okay. Lass so. Ich will's auch ausmachen. Okay. Nein! Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, was es hier zu sagen hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir langen müssen. Warte mal. Hier lang, ne? Sieht gut aus. Hier ist eine Fackel. Hier ist Licht. Oh, lol. Wieso ist hier ne Fackel? Ähm. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich nehme mal an. Ich jump jetzt hier mal runter. Okay. Ähm. Ah, vielleicht da ganz oben hin? Wo? Wo der Wasserfall herkommt? Ja, das wär vielleicht mal ne relevante Idee, um mal zu gucken. Und wieso hab ich eigentlich keinen Optifine mehr drin? Oh, lol. Brauchst du nen Apfel? Äh, nee. Buh. Buh. Bewerf dich. Ich bewerf dich. Oh. 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 Alter, wie lang ist der Weg bitte noch nach da oben? Alter. Nur mit deinen goldenen Äpfeln denn noch von da oben. Mit deinen goldenen Pferdeäpfeln. Hier ist nichts, ne? Hier ist nichts. Hä, aber wenn hier jetzt Checkpoint ist, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Oh, hier sind ja ganz viele Äpfel. Nee, was, ich glaube, wir müssen den anderen Weg nehmen. Ja, du, auf Deutsch stand dann, ne? Wenn du arm bist und nur ein Gold hast, dann musst du da lang. Ja, nee, guck mal. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, du brauchst neun Gold und wenn du neun Gold hast, dann kannst du weiter. Genau, und wohin? Ja, keine Ahnung, also du gehst jetzt am besten runter. Genau dahin. Oh, lol. Ja, ist ja egal. Du gehst, pass auf, wir müssen jetzt hier Gold sammeln gehen. Wir haben ja den Checkpoint, ist ja nicht das Problem. Wie viel Gold hast du denn? Ich habe... Loh, ich hab eins. Ich hab fünf. Dann wären das sechs. Boah, oh! Nee, ernsthaft? Ja, nee, nee, da müssen wir ja noch... Da müssen ja noch irgendwo drei Gold sein. Da waren ganz viele Höhlen, ne? Von wo sind wir denn gekommen? Von hier. Von hier, genau. Da, wo ich die Fackel rausgemacht habe, ist nichts mehr. Okay, dann ist... Äh... Hier ist übrigens eine Fackel vergessen. Äh... Dann ist aber... Guck mal. Oh, es blendet. Ähm... Fackel wegmachen. Dann müsste hier aber noch was drin sein. Das wäre denn ja... Na, nicht die Lösung für alle Probleme. Aber... Ich versuch da mal hinzukommen. Alter, gibt's hier nicht einen Weg, irgendwie schneller hochzukommen oder so? Nee. Es dauert ja extremst lange. Geht ja nicht. Kann ja nicht wohl nicht angehen hier. Ähm... Reicht das nicht sogar schon, wenn ich... Nee. Doch, das reicht. Ach, da sind wir eh schon oben. Nein! Ach, leck mich. Guck mal, hier muss es ja auch irgendwie hingehen. Und das... Ah, mit Ecksprung. Ach so, hätte ich das sagen können. Ja. Boah, ich schaff das nicht. Na, ich auch nicht gerade. Warte mal. Hm. Ist irgendwie traurig, nur, dass so ein Minecraft-Männchen hier nicht klettern kann. Na ja, wieso? Warte, 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 da. Checkpoint. Alter. Alter, geil. Was? Was war das? Ich hab jetzt sechs Gold. Sechs Gold? Ja. Dann brauchen wir noch genau ein. Wieso? Weil ich zwei hab. Ein Gold, da, guck da, siehste. Hier kommt irgendwann mal. Hier, da ist noch ein Gold. Aber wir müssen da mit den, ja, sprühen. Ich weiß, wie, ja. Jetzt fehlt nur noch so Fahrstuhlmusik. Ja. Genau, ich glaub, hier reicht es, wenn wir hier sind. Weil... Warte, in Welthürhöhle müssen wir? Nee, halt mal. Hier lang, genau. Ach, leck mich. Äh. Na, die da hinten, unten, da. Ja, ich bin falsch. Bin ich richtig? Ja, ne? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ah ja, lol, ich bin erstmal abgestürzt. Ja doch, da unten musst du jetzt hin. Ist ja nicht das Problem. Ach nee, lol, das ist falsch. Oh Gott, hab schon. Ich... Es muss auch noch einen anderen Weg geben, hier reinzukommen. Ach so, da muss man von genau diesem Stein da. Können wir uns den nicht irgendwie markieren? Pistohan. Ist ja gelb. Hahaha. War gut, ne? Wenn du oben bist. Ich fahr hier schon eine halbe Stunde. Ja, das hätten sie irgendwie besser lösen können, ne? Ja, leichter machen oder so, meinst du? So. Genau, warte da mal ab. Da abwarten. Ich komm mal. Alter. Es sind zwei Wörter. Ab und warten. So, warte. Ja, das wird zusammengeschrieben, oder? Es stimmt, aber egal. Oh, warte da, warte da. So, jetzt. Warte, ich mach ihn, ich mach. Oh! Bist du runter? Nee. Oh. So, jetzt. Ich mach. Oh! Nein, mach du, mach du, mach du. Ja, es, es gibt kein Du mehr. Oh, okay, kannst du machen. Ach, komm schon. So, jetzt mach. Perfekt, warte da. Warte. Okay, du bist unten, ganz gut. Hey, hier ist nichts. Jetzt, dein Ernst? Ja, hier ist nichts. Da ist was. Nein, hier ist nichts. Du willst nur, dass ich runterkomme und dich verprühe, dass du stirbst. Hey, da ist nichts. Will gucken. Da war, ja, da war was. Nein, da ist nichts. Und dich waren wir schon mal. Hä, wie kannst du dich runtergraben? Ja, geht nicht. Ist verboten. So. Komm, du hast... Komm, jetzt, jetzt, warte, ich geb dir den Rest und dann machen wir das, okay? Also, gib du mir mal den Rest. Okay. Mehr hab ich nicht. Alter, gib den Rest her. Mehr hab ich wirklich zugleich nicht. Du hasst mehr. Okay. Alter, ich bin besser im Catchen als du. Scheiße, du hast goldene Äpfel, ne? Alter, komm. Frieden. 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 Ja, geil, ich bin sicher. Trotzdem, Frieden. Gebt meinen Rest bitte her. Ich beschiesse dich. Alter, gebt meinen Rest her. Komm, wir wollen das schaffen hier. Roundhouse Kick. Okay. So, mehr hab ich aber wirklich nicht. Hast du. Okay. Alter, gib jetzt einfach die letzten drei verkackten Gold her. Also, an dem Apfel ist der Gold dran. Okay, okay, du hast recht. Alter, weißt du, du wohnst... Danke. Wo wohne ich? Äh, neben mir. Also, nicht neben mir, aber... Okay. Dann müssen wir jetzt den Rest machen, weil wir jetzt genau neun haben. Okay. Hä, wieso darfst du die eigentlich tragen, die Äppel? Weil ich nicht so oft draufgehe. Hä, na, na, und? Ich verkrieche mich jetzt in meine Höhle. Komm her. Komm, mein Hündchen. Nein, ich bin in... Ich bin in meiner Höhle. Komm mal her. Nein, ich bin in meiner Höhle. Okay. Okay, abwarten. Abwarten. So, kannst nachkommen. Ich weiß nicht, warte mal hier. Das kann jetzt gefähr... Oh, lol. Wo lang muss ich eigentlich? Ach, da. Na, da hin. Du weißt schon. Da, wo wir vorhin auch quasi waren. Mach du mal. Ach so. So lang hast du es gemacht. Warte mal, ich komm. Komm. So, warte. Komm, mach du mal. Abwarten. Abwarten. Lol. So, weiter. Mach immer mal so drei Sprünge. Also jetzt noch einen. Ah ja, okay. Okay, den machen wir dann zusammen. Warte. Zack. Komm mit. Dann. Lol. Wenn wir jetzt beide abgekackt wären. Äh. Ja, lol. Alter, hab ich dich schon wieder gehört? Wurde vom Goldenen Apfel so voll. Verdammt. Geil. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Ach, das liegt am Goldenen Apfel. Okay, stopp. Wo lang? Ich möchte mal gerne wissen, was der Nether-Stern bringt. Warte erst mal ab da. Ich komm. Das weißt du nicht. Warte. So, warte. Ah ja, lol. Warte mal. Ist aber billig gemacht, ne? Äh, ist vielleicht nur Verarsche. Wir müssen hier nicht da lang, genau. Warte mal. So, ich mach den nächsten auch noch. Warte mal. Nein. Hä, das ist ja tatsächlich eine Verarschung. Ha, der Block ist jetzt die ganze Zeit draußen, ne? Ja, du hast die Scheidung kaputt gemacht. So, komm mal mit hier. Komm mal zu mir. Oder bleib da, genau. Bleib da. So. Hier, jetzt müssen wir gucken. Oder unten ist sowas geiles. Alter, ich kann nicht lesen, was auf dem Schild draufsteht, weil... Ähm... That's... Nothing... Achso. That's nothing down there. Das könnte Verarsche sein, oder? Ach, guck mal, ob da unten was ist. Da war ein Schädel. Was war da? Ein Schädel. Lol. Ähm... Warte. Alter, wenn ich sag, warte, dann warte auch mal. So. Tipee back. Trade your gold. Achso. Nee. Ja, du musst den Gold-Nuggets geben. Achso. Nee, Quatsch. Warte, nicht umbringen, nicht umbringen. Nicht umbringen. Alter, sonst können wir die ganze... Sonst können wir die ganze Adventure-Man vergessen. So, perfekt. Jetzt haben wir nämlich den Key. Wir haben den Key nicht. Alter, hast du sie in Gold-Nugget? Nö. Hä, die hab ich richtig gegeben. Alter, willst du mich verarschen? Um was geht's? Dass du nicht auf diesen scheiß Knopf hätten drücken. Hä? Hä, schau dir drauf, ich soll den drücken. Alter, Halle. Ja, was passiert bei dem Knopf? Das, was nicht passieren sollte. Nein, ich mein hier bei unserer Halle. So. Jetzt nochmal auf den Knopf drücken. Was ist das denn, LG? Was? So. Wir haben's dann geschafft hier. Zack, äh, wir haben die Challenge Snow geschafft. 4 von 12 complete. Ähm, in der nächsten Folge wird Jess dabei sein. Vielleicht auch Lexi. Und dann sehen wir uns. Tschüss, sag du auch nochmal tschüss. Auf Englisch. Dann sag bye. Egal, tschüss. Und dann sehen wir uns. Vielen Dank.